Ich bin ein bisschen entsetzt gerade. Man sieht es mir wahrscheinlich im Gesicht nicht an, ne? Mir haben sie die Tüte geschenkt. Die große für 2 Euro? Oder die für 5 Cent oder was die da kostet? Na, Zink. Hallo? Ich würde gerne Zink mitnehmen. Ähm... Ja, aber wie baue ich denn jetzt da... Das wäre jetzt aber ein Rätsel. Habe ich vom kaputten Haus? Ja, habe ich schon gesehen. Ja, ja, habe ich gerade auf dem Handy gesehen, dass es geläuchert hat. Ich habe es ja auch lautlos. Ähm... Wie kann ich denn diese Pflanze abbauen, wenn ich den Handschuh nicht habe dafür? Und den Handschuh kann ich nur mit dieser Pflanze bauen. Das verstehe ich jetzt mal gar nicht. Übrigens mit der Tamium. Haben wir... Haben wir ja 5, ne? Ich wollte schon wieder eine Zelle bauen. Die Tüte für 2 Euro. Was? Haben sie dir geschenkt? Ja gut, das Haus war ja kaputt, ne? Hätte ich nicht genommen. Hätte ich gesagt, äh... Müsste er umtauschen, müsste er mir ein neues schicken. Ist so. Weil ich bezahle dafür keine 100 Euro oder... Oder, ja, 90 Euro oder 100 Euro und kriege da für ein kaputtes Haus. Nein, auf keinen Fall. Glaub mir, da wäre ich heute noch bei GameStop wieder gewesen. M-m. Dafür ist das echt zu viel zu... Aua. Dafür ist das zu viel Geld. So, im Übrigen, hier oben steht die Packung. Für die Leute, die sich fragen, wo die ist. Die steht hier oben. Ähm. 10 Euro Rabatt plus die Tüte. Ja, aber ganz ehrlich, 10 Euro Rabatt. Nein. Nein. Dann sind es 80 Euro. 80 Euro ist trotzdem immer noch zu viel Geld für kaputt. Ich kaufe ja auch kein Auto für 20.000 Euro. Und der gibt mir 1.000 Euro Rabatt, weil da eine fette Beule drin ist. Nein. Nein. Also da bin ich ein bisschen pingelig, muss ich sagen. Also da bin ich ein bisschen... Also bei sowas bin ich echt pingelig. Ganz ehrlich. War ich nicht. Der wollte es mir so mitgeben oder stornieren. Habe ich wenigstens den Rabatt rausgeschlagen und klebe es. Der wollte es so mitgeben. Ne, ich hätte gesagt, da siehst du zu, dass ich ein neues Haus bekomme. Aber sowas von. Ne, da ist mir kack egal. Hätte ich gesagt. Das ist Ware, dafür bezahle ich Geld. Ne. Hätte ich direkt zu dem gesagt. Ich kaufe auch kein Auto mit Beule. So. Ähm... Wie kriege ich denn diese Pflanze abgebaut? Weil ich kann diesen Handschuh ja gar nicht bauen, weil ich die Pflanze dafür brauche. Von Resident Evil 7, die Collectors Edition, sind sehr viele Häuser kaputt durch falsche Verpackung. Ja. Ähm... Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die haben wahrscheinlich im Nachhinein drüber überlegt, das Spiel rauszunehmen aus der Collectors Edition, dass du das Spiel so kaufen musst. Weil in der Verpackung, in diesem Kartonschuber siehst du an der Seite so einen Schlitz, wo das Spiel drin gesteckt hat. Voll die Verarsche. Tja. Wie kriege ich auf dem radioaktiven Planeten... Warte mal, ich notiere mir das mal eben, wie der Planet hier heißt. Hier bin ich ja gerade. Äh... Und wir den hochladen. Radio... Active. Nenne ich den einfach mal. So. Dann weiß ich... Aha, das ist der. So. Ja, ja. Strahlungsschutz nimmt ab. Da ist Zink. Das würde ich mir noch gerne... Huuuuh. Aber das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Wie soll ich denn bitte die Pflanze abbauen? Wenn mir der Handschuh dafür fehlt. Und ich aber für diesen Handschuh, um den zu bauen, diese Pflanze benötige. Das ist doch vollkommener Irrsinn. Und jetzt finde ich die Pflanze auch gerade irgendwie nicht. Warum auch immer. Die Pflanze. Zum Rauchen. Hm. Ui. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Ich würde jetzt mal interessieren, ob ich... Die Galaxie markieren kann ich mir ja hier nicht. Oder beziehungsweise den Planeten, das ich nochmal hinfinde. Oder? Ach doch, geht ja. Auf der Sternkarte kann man sich ja den markieren. Doch, das stimmt. Warte mal. Da oben ist nochmal so ein Ding. Kandensium. Das brauchen wir. Ich guck mal eben. Äh, was ist das hier? Kandensium. Gefahrguthandschuh. Ich fliege mal zurück. Das kann ja nicht sein. Das wäre mir jetzt echt ein... Warte mal, habe ich noch eine andere Möglichkeit, das abzubauen? Warte mal. Ich, ähm... Ich kann Blitzwerfer erstellen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Warte mal. Hallo? Ach so, ist leer. Ach so. Blitzstrahl geht nicht, ne? Ne. Und so. Mit der Granate ist es dann weg. Okay. Ja, dann würde ich sagen, reisen wir mal eben zurück. Ich markiere mir das mal eben dann auf der Sternkarte jetzt gleich. Um dann mal zu gucken, ob wir da, äh, dann anschließend auch wieder hinfinden. Das ist aber sehr merkwürdig. Weil jetzt finden wir schon einen radioaktiven Planeten und passiert nichts. So. So, ich gehe mal eben auf die Sternkarte. Warte. Weil ich kann... Wie war denn das nochmal gewesen? Ähm... Freiflugmodus. Beschleunigen, fliegen, Karte verlassen, Heimat, Auswahl, Umsehen. Drehen. Auswahl aufheben. Freiflugmodus. Man konnte sich das irgendwie markieren. Ich weiß so nicht mehr, wie das war. Wie war denn das nochmal? Auswahl. Auswahl aufheben. Drehen. Heimatort. Beschleunigen, fliegen. Ähm. Ja, das funktioniert ja wieder super. Äh. Ich werde diese Galaxie nie wieder finden. Ich fliege mal eben zur Station. Der Finger ist in FAT32 formatiert. Lol. Okay. Hast schon nachgeguckt. Ich hab da noch gar nicht nachgeguckt. Ich hab da alles eingepackt gelassen. Ich werde da auch eingepackt lassen. Alles. So. Können von mir aus die feindlichen Schiffe kommen, wie sie wollen. Achso, apropos. Wir können ja mal. Ähm. Ne, warte mal. Wo wollte ich denn hin? Entdeckungen. Genau. Entdeckungen. Ähm. Das System auch umbenennen. Wo wir gerade sind. Äh. Radio. Galaxy. Galaxy. So. Dann wissen wir. Aha. Das ist die Galaxie, wo wir hin müssen. Ja. Er hat jetzt gerade nachgeschaut. 16 GB in FAT32. Boah. 16 GB ist ja nix. Ach ne. Hier muss ich ja gar nicht hin. Ich muss ja zum Teleporter. Ich bin so schlau. So. Dumm. 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 So. Dann wollen wir mal uns zurück teleportieren. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, was der gleich sagt, was für eine Pflanze wir brauchen. Ich hab hier stehen Kandensium. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich werde mir mal eben was zu trinken holen gehen. Ich bin gleich wieder für euch da, ja? Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. So, wollen wir mal eben eben was zu trinken holen. So. Ah. Boah, ich hab keine Kraft mehr. Ich bin alt. Und jetzt. So. Wartet. Alter 30 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Verrückt. Verrückt. Prost. Ah. Oh, das tut gut. Wenn man so nach anderthalb Stunde nur quasseln, äh, mal was trinken, das tut echt gut. So. Lebenserhaltungsmaßnahmen. Dann werde ich mal eben Tami reinfüllen. Ich werde mal eben die Antriebsklamotten hier wegpacken. Ne? Unsere Zellen. Die können wir nämlich hier ins Lager packen. Dann haben wir die hier immer drin. So, warte. Wo sind die? Achso, die sind im Schiff, ne? Muss sie jetzt übertragen. Warte. Das packe ich auch mal rüber. Der kann auch rüber. Genau. So, da kann ich nämlich jetzt hier die Zellen... Können die Zellen gestapelt werden im Lager? Ja. Sehr schön. Vier und fünf. Dann haben wir nämlich dafür... Ach, guck mal. Wir können insgesamt zehn Zellen wahrscheinlich, äh. Und hier haben wir jede Menge Tami. Guck mal an. So, der Atlaspass kann da bleiben. Zwölf Stunden ist aber lang. Und? Hallo Schokoman79, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Äh, du, ich hab schon... Ähm, da kannst du einige Leute fragen, die schon länger dabei sind in der Let's Play Live Show. Äh, ich hab schon ein 24 Stunden Stream hinter mir. Ja, hab ich schon. Äh, gibt's sogar auf YouTube die Folgen. Das war... Das war zu... Ich glaub zur Folge 100 hab ich das, glaub ich, gemacht, ne? Ich glaub die 100ste Let's Play Live Show Folge hab ich, glaub ich, gemacht. Alter, wie sieht das denn hier schon wieder aus? Kann man euch nicht mal fünf Stunden alleine lassen? Mann. So, was brauchte er jetzt? War das er? Ne, warte mal. Wer war denn das? Er war das hier, ne? Ne, Moment. Er hier. So, pass auf. Mal eben kurz gucken. So, bla 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 bla. Ja, mhm. Er fragt, er fragt, er ist eine Planeten, sie sind Basis für die Technologie. Sobald sie mit Kandensium von radioaktiven Pflanzen verstärkt wurden, eigentlich sind sie perfekt für einen Zweck. Du kannst die radioaktiven Biome finden, aber denk daran, dass du einen Gefahrguthandschuh brauchst. So, Kandensium. Aha, du brauchst einen Gefahrguthandschuh. Ja, so. Den brauch ich von ihm hier, ne? 12, was, 12 Stunden, nur Norman's Guide? Nein, nein, Gottes Willen, Kerstin, nein. Eine atomare Bergbaueinheit. Mhm. Schall, ah, eine Schallplatte. Die Schallplatte, die kriegen wir, keine Ahnung, ich glaube, von unserem Techniker. Aber Kandensium können wir so nicht abbauen, weil wir einen Handschuh brauchen. Und von ihm brauche ich Beulengift und Blutwurzel. Blutwurzel ist ein Beispiel dafür, könnte ich aber doch lähmen. Gibt eine technische Lösung, muss ein Gefahrguthandschuh bauen. Wie soll ich den denn bauen können? Gut, aber warte nicht so lange. Achso, sonst muss der Waffenmeister Pläne. Ah, ich glaube, wir brauchen erstmal einen Waffenmeister. Kann das sein, dass er uns den Gefahrguthandschuh bringt? Oh Gott. Cool, er hat gestern die dritte Galaxis erreicht. Oh, geil. Cool. Oh, warte mal. Ich glaube, wir müssen uns erstmal nach dem Waffenmeister umsehen. Oh Gott. Nee, Kerstin, Kai, nee. Nicht nur, nicht nur zwölf Stunden, nur mit Sky. Oh Gott, nein. Um Gottes Willen. Also, ähm. Nee, 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 nee. Okay, wir werden heute, äh, ich kann ja mal so ein bisschen anteasern. Also, heute wird's definitiv natürlich, ganz klar, nur mit Sky, ne? Fangen wir an. Ähm. Und wir brauchen... Warte mal, ich fliege mal zu unserer Basis. Ähm. Und, äh, natürlich Outlast wird natürlich kommen. Dann wird kommen, ähm, GTA. Wir werden nachher ein bisschen GTA spielen. Mit anderen auch mit dabei, in der Party und so. Äh. Ja, dann nachher wird's ein Community-Spiel geben, wo ihr mitspielen könnt. Also, hier im Stream. Hab ich auch schon mal gespielt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Euch auch. Deswegen werd ich's nochmal spielen. Und, ähm. Ja. So, warte mal. Wo ist denn jetzt hier? Ähm. Was kommt da noch? Lass mich kurz nachdenken. Ich hatte... Ich hatte noch irgendwas installiert. Ich weiß nicht mehr was. Ich muss da nachher mal gucken. So. Hallo. Hallo, Freunde. Wo ist der Waffenmeister? Bist du ein Waffenmeister? Nein. Du? Nein, ein Konstruktionsspezialist. Okay. Waffenmeister gibt's hier schon mal nicht. Das heißt, wir müssen woanders in eine andere Galaxie reisen. So. Bin auch Hardcore-Nomad-Sky-Zocker. Best Game. Ja, was heißt Hardcore, ne? Also. Ich hab das Spiel seit Release. Und. Ich bin ein großer Fan von dem Spiel seit Release. Ich mein, klar. Mit den ganzen, äh... Falschmeldungen. Oder wie sie ja sagen. Hier diese, diese, diese falschen Versprechungen. Kann man sich drüber streiten. So wie ich's gestern schon sagte. Aber ich find's trotzdem ein tolles Spiel. Ne? Und jetzt mit dem Baumodus. Find ich richtig geil. Die geben sich echt Mühe damit. So, wir reisen mal. Ne, grün kann ich ja noch nicht. Warte mal. Reisen wir mal hier hin. Ein Planet nur. Na, das lohnt. Ja doch, wir müssen ja eh nur eine Station finden. Guck, was ist das denn da hinten am Blinken? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Huch. Ach, ein schwarzes Loch. Ach, wurde von jemandem schon entdeckt. Achso, okay. Äh, Heimat. Erstmal gucken hier. So, fliegen wir mal hier hin. So. 33 Zuschauer. Mein, oh Wahnsinn. Achso, Sven, übrigens. Ähm, falls du grad zusiehst. Äh, ich hab vorhin den Stream angemacht. Der Stream lief gerade mal, ich glaub, eine Minute 44 oder so. Und auf einmal waren 45 Zuschauer schon da. Und es war keine Falschmeldung. Es, es stimmte. Im, bei, bei Twitch auf der Seite stand 70. Hier im Stream, also hier. Entschuldigung. Hier stand, äh, ich glaub 45 oder so. Oder 44. Ich werd angegriffen, Alter. Ernsthaft? Geht weg. Ich fühl's, wo ist, wo ist der Eingang? Hier ist die Raumstation. Oh Gott. Weltraumkonflikt. Wo ist hier der Eingang? Okay, das klingt vielversprechend. Ich schau dann gegen 23 Uhr rein. Bin gleich erstmal weg. Aber der Stream läuft ja. Noch ein Weilchen. Ja, das, also. Wir werden uns definitiv heute nochmal wiedersehen. So. Wo ist denn hier der Eingang? Verdammt. Mann, so ein Kack, wo ist denn hier der Eingang? Wie gut, dass sie hier nicht schießen. Also müssen wir es noch nicht. Ich glaube, später dann. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn hier der Eingang? Ah, hier. Unsere Rettung. So. Ich fass das immer noch nicht, dass so viele hier zugucken gerade. Das ist so... Ich weiß nicht. Aber das ist momentan nur bei No Man's Sky. Das ist so... Oder hofft ihr alle darauf, dass ich Resi streame? Nein, ich werd's nicht tun. Auf keinen Fall werd ich Resident Evil streamen. Also zumindest nicht jetzt. Und nicht heute. Oh, komm, bitte. Ist hier ein Waffenmeister? Hallo. Wie der aussieht. Bist denn der Kerstin? Tschüss. Spezialist? Was kann er denn? Landwirtschaftliche Bedürfnisse. Ganz toll. Die Augen. Konstruktionsspezialist. Ja, super. Das heißt, wir sind hier auch falsch. Das heißt, wir müssen hier wieder abhauen. In die nächste Galaxie reisen. Wir brauchen einen Waffenmeister. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den auch noch brauchen. Aber gut. So, los geht's. Ja! Uh. Äh, Sternkarte? Sternkarte. Sternkarte. Hm. Ja, toll. Die greifen das Schiff an. Dann ist mir doch egal, ob die das Schiff angreifen oder nicht. Du meinst, was mich das juckt? Die feuchten Furz. So, ich geh auf meine Sternkarte und hau ab hier. Wir haben ja genug getankt. Na, was macht man da? Na, was macht man da? So, warte. Nehmen wir mal hier einen. Komm ich da hin? Nein. Die grünen Galaxien kann ich noch nicht ansteuern. Weil mir immer noch der Reaktor Tau fehlt, den ich immer noch nicht gefunden habe. Dann müssen wir uns mal auf die Suche begeben. So. 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 Aha, von mir entdeckt. Tisca. Da ist die Station. Da fliegen wir mal hin. Das sind Sonnensysteme. Keine Galaxien. Ja, Entschuldigung, Sonnensysteme. Entschuldigung. Entschuldigung. Großer Sonnensystemmeister. Entschuldigung. Ja, Sonnensysteme. Entschuldigung. So. Dann werden wir gleich mal Sonnensystem scannen. So. Oh, bitte lass hier ein Waffenmeister sein. Hallo. Ist der ein Waffenmeister? Der. Der hat bestimmt jede Menge Spaß, wenn der hier so sitzt. Da ist auch wieder ein Gag. Nein. Oh, wir sind wieder bei dem Gag. Besondere Beziehung. Nein, ich will nicht mal mit dem Quatsch. Wo ist der andere? Hier. Äh, hier. Hm. So begrüßen ich morgens meine Leute auch immer. Hm. Hm. Ich bin ein Waffenmeister. Kein Assassine. Vielleicht kannst du meine Fähigkeiten gebrauchen. Hast du eine Basis? Gib mir ein Terminal, an dem ich arbeiten kann. Und ich errichte dir ein Arsenal, das den Himmel erbeben lässt. Dieses Wesen hat das aufrechter Aufdrehen eines Kriegers. Eine Sekundärwaffe ist maßgefertigt und zeugt von bemerkenswerter Handwerkskunst. Als es zu sprechen beginnt, greife ich instinktiv zu meinen eigenen Blaster. Hm. Du bist eingestellt. Hm. Eine weise Entscheidung. In einer solchen gegenwärtigen Zeit. Ja, ciao, bis gleich. So. Dann können wir jetzt wieder zu unserem, ähm, lachen wir mal schnell. Zu unserer Basis reisen. Ist ja nicht gerade so spektakulär hier. So. Wo ist der Teleporter? Da ist er. Juhu. Sehr schön. Ja, ich würde gerne teleportieren. So. Und dann gucken wir mal in unserer Basis, was der Waffenmeister so für uns hat. Was der uns so anbietet. Ich schüpp mir währenddessen nochmal eben was von unserem, von unserer Galaxie-Fantain. So. Ach, herrlich. Ach, schön. Vor allem, wisst ihr, was das Schöne ist? Wir haben so viel Zeit heute. Wir haben so viel Zeit. Es läuft nichts weg. Wir haben so viel Zeit. Ich bin echt mal gespannt, wer nachher noch alles da ist. Apropos. Für die Leute, die wirklich durchhalten möchten oder mitmachen möchten. Ihr müsst bedenken, ich muss den Stream zwischendurch, weil es halt über der Playstation läuft, der Stream. Nicht über die Elgato-Capture-Karte. Muss ich natürlich den Stream zwischendurch beenden, um halt das Spiel zu wechseln. Was eigentlich nervig ist. Warum, warum, warum das immer noch nicht geht. Oder warum Sony das immer noch nicht irgendwie eingerichtet hat, dass man das nicht machen muss. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. So, dann gehen wir mal gucken. Zu unserer Base. Was der Waffenmeister so uns anbietet. Guck mal, der ist schneller da wie wir. Hallo, mein Freund. So, wie schaut's aus? So. Waffen können warten. Du wirst diesen Gefahr- und Haarschutzhandschuh brauchen, wenn du mit gefährlichen Fauna hantieren willst. Oder willst du, dass man sich an dich als diejenigen erinnert, der von einer Pflanze besiegt wurde? Mein Waffenmeister hat einen ganz heizlichen Ansatz für seine Pläne, als ich erwartet hatte. Als ich mich nach neuen Waffen erkundigt, rät er mir stattdessen zu meiner Möglichkeiten zur Ressourcenbeschaffung zu verbessern. Mit, äh, mir werden Blaupausen, Entschuldigung, Blaupausen für einen neuen Exo-Anzug-Anpassung angeboten. Ein Gefahrgutschutzhandschuh, der radioaktiven und giftigen Materialien standhält, die ansonsten schädlich werden. Ja. Wir haben ihn. Wir haben den Handschuh. Ja, ich freue mich so sehr. Jetzt kommt wieder die Frage, was brauchen wir dafür? Oh Gott, ich will gar nicht. Platin. Ciao. Haben wir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Platin irgendwo im Lagersystem haben. Alter, wie geil, wir bauen uns erstmal in den Handschuh. Ich gucke erstmal nach. Boah, voll geil, feiere ich. So, wo haben wir Platin? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Platin irgendwo haben. Mh, ja. Oh Gott. Und dann können wir nochmal gucken, ob wir zu dem radioaktiven Planeten finden, um dann die Pflanze abzubauen. Oh, Platin da. Reicht das? Ich schau mal eben. Äh, Exo-Anzug. Ich werde den Handschuh mir hinbauen. Äh, Technologie. Handschuh. Ja. Technologie installiert. Geil. Geil. Wir haben den Handschuh. Wir haben den fucking Handschuh, Alter. Wir haben den fucking Handschuh. Oh, ich freue mich sehr. Jetzt ist nur die Frage, wie finde ich wieder zurück zu dieser Galaxie? Hö, 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 hö. Das ist jetzt die große Frage. Jetzt ist die große Frage, warte mal, kann ich, ähm, nein, du sollst nicht ausblinden. Oh Gott, ich werde... Oh Gott, ich werde... Oh Gott, ich werde... Oh Gott, ich werde...